Hier hast du den Schlüssel. So, und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Aber ich warne dich. Ich will weder dich, noch Stahlbart's Tochter je wiedersehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, ist doch kein Problem. F8, zack. Und flop, 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 flop. Na, das läuft jetzt nicht so elegant wie davor, aber so wirst. Hast du die jetzt auch noch dabei, die Seekarten? Freilich, alles nehmen. Sehr schön. Also Ruine am Westhang, hat er gesagt. Das ist doch dann. Da, ne. Was ist denn das dann? Habe ich da Questmarkierung gekriegt? Er wird das Großen beraten, Quest. Naja, aber da ist das, okay. Mensch, bin ich fies. Bin ich total fies. Oh, das... Gott. Der war jetzt, ah, sowas von unfreundlich. Ja, das muss man ja mal sagen. 3.000 Gold. Pui. Halt. Was habe ich denn da? Der Text handelt von magischen Sprachen. Und damit habe ich schon wieder 124. Naja. Hab ich das jemals noch hinkriegt? Da habe ich wahrscheinlich alles durchgespielt, bis ich die Weisheit zusammen habe. Wenn das überhaupt geht. Wahrscheinlich müsste ich mir irgendwelche Sachen brauen oder sonst was. Also, der Tempel West, wo ist er? Da oben? Vielleicht? Na. Du gehst ja auch nirgends hinten. Na. Okay. Hoch. Da irgendwo. Tempel. Tempel. Da nun, da, hä? Oh. Au. Da muss man doch jetzt einmal die... ...6 drücken. Schwupps. Das geht ja toll. Aha. Hallo, Betty. Steinplatte. Weisheit. Ich lasse dich erst einmal sitzen. Wow. Auf. Anheb. Es geht nicht beschweren. Da kann ich mich Fred wiederholen. Kleiner Held. Ich bin nicht klein, du blödes Spiel. Ich bin schon klein, aber... ...seid auch froh, dass du noch lebst. Ach. Wenn du so klein, dann auch wieder nicht. Ich hab sie Romanov gegeben. Äh. Du hast was? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Verflucht nochmal. Ich wusste, dass ich es bereuen würde, mich mit dir einzulassen. Hier. Ich habe Stahlbart Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na endlich. Jetzt wird alles gut. Ja, okay. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Freilich. Na ja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wären. Ja, da wäre jemand anderes reich geworden. Ich danke dir, mein Held. Ja, jetzt bin ich nicht mehr klein. Wunderbar. Also. Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbart, Schatz? Darf ich behalten, oder? Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke. Das ist sehr großzügig. Da habe ich doch vorher schon immer drin geschlafen. Hm. Schade. Naja. Mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Und, was machst du so? Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleibe die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Hm. Wir werden sehen. Tja. Das war's jetzt. Hm. Sieht ganz so aus. Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal rein. Ich bin einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun. Hm. Hm. Pass auf dich auf, Kleine. Ja, zeig mir deine Wahn. So, entspann. Gut, beenden. Ende. Betty. Hm? Jetzt habe ich dir wieder mal das Leben gerendet. So, jetzt habe ich da nur noch, ja, da habe ich jetzt vier von fünf, ne? Aber, mir komme ich jetzt da durch die Barriere durch. Also, zu diesem Zweck werde ich jetzt mal ganz kurz googeln müssen, weil das habe ich jetzt da schon mit allen gebabbelt. Also, ich, bis gleich. So, also bin ich wieder zurück. Das ist ja wunderbar. Der Herr Syrus, der da dort ist, der gibt einem angeblich da ein paar Spur rein. Äh, das ist natürlich das Problem. Wie komme ich jetzt da wieder noch? Ja. Hafenstadt. Gott, im Himmel, das ist wieder so weiter wie ich. Ich muss jetzt wieder da unten und dann da und dann, ah. Und da habe ich irgendein, der Bottstein heute auch kein Gericht von dort, ne? Ah. Was ist geschickter Hafenstadt? Oder, ja, Vulkanfeste. Vulkanfeste kommt, ich habe ja auf der Null. Und dann ein paar so von denen Speedrollen. So ein Mist. Oder habe ich die vielleicht sogar schon gekriegt? Ich weiß ja gar nicht, ich habe ja nie nachgeschaut. Magische Barrieren. Schlüssel. No, da schaut mir nicht nach magischen Barrieren alles aus. Ja. Na, okay. Das habe ich noch nicht. Also dann. Ähm, Eile. Zack. Da könnte ich, könnte ich da runter schweben. Aber das bringt mir auch nichts, ne? Ja, das ist wieder sowas Blöds, weil man hätte nämlich die Barriere mit Linksklick anklicken müssen, ohne gezogene Waffe. Okay, naja. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Auf in den Kampf. Ja. Das ist schön. Immer wenn ich da vorbeigehe. Macht Spaß. Davon bräuchte ich auch mal, Herr Ruhne. Das wäre cool. Wahrscheinlich hätte er ja dann überfliegen können, ja, mit der Tele, Telepartingsbums. Nicht mehr genug Mana. Ach, da braucht man Mana dazu. Also dann 5. Der mittlere Trank reicht nicht mehr. Ach, ich bin ja so stolz. Also dann, zack. Na, na. Es zeigt, wie du dafür lang geht. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Lauf halt. 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 Wird das schon wieder falsch gelaufen, oder? Freilich. Boss. Gnom. Was machst du denn da? Häuptling. Ja. So. Und die nächste. Speed. Eile. Hoch was. Halt. Wer? Echsenmensch. Warum? Woher? Weshalb? Die waren da vorher noch nicht da. Ey, ich sitze da jetzt voll mit irgendwelchen solchen Tippen, oder was? Ich hoffe nicht. Konnte ich das da dann auch machen, oder was? Oh, na, da war ja nix. Aber Skelett? Hey. Hey. Hi. Vorbei. Spaß ist vorbei. Ja, wir sind ja auch schon fast da. Immerhin. Das ging jetzt relativ flott. Da hätte ich halt ja mal den Teleportstein gebraucht, von dem Häusler da. Das wäre ja mal was gewesen. Muss ich jetzt da, genau, da muss ich. Dunkel wird's. Gescheit dunkel. Hab's dann nicht einmal ja automatisch laufen. Na, schein' nicht. Ach man. Können ja jetzt ruhig einmal da. Ich... Aaaaaah. Muss mir einmal am Ohr kratzen. Verdammt. Das ist ja schon wieder so... Was ist denn das? Mann, ihr seid jetzt nicht unbedingt die Stärksten dabei. Teleportstein, jetzt krieg ich ihn. Ja. Tja. Super. Ähä? Auch aus Küste und aus Tempel. Okay. So, dann gehen wir jetzt da nochmal hin und klicken mit der linken Maus, dass sie da drauf. Hoffen, dass das dann auch funktioniert. Wie ich das gelesen hab. Ach, das war's Fatsche. Hab das da. So, da an der Stelle ist mir gerade das Spiel abgeschmiert. Ich hab keine Ahnung, inwieweit man das noch mitgekriegt hat. Ich werd's mir auch nicht anschauen und auch nicht zurechtschneiden. Selbst wenn da jetzt irgendwas drauf ist. Wo ich mich aufreiche, dass das abgeschmiert ist. Das gehört dann dazu. Also, dann wollen wir jetzt mal hoffen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Hm, ein magisches Kraftfeld. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Ja. Das, ne? Super. Super. Einfach nur super. Ganz, ganz spitze. Ja, magische Barriere. Ich habe eine magische Barriere gefunden. Hm, das muss ich mir genauer anschauen. Zeig sie mir. Lass uns halten. Ach, nein. Komm mit. Es ist in Ordnung. Ähm, na. Da. Gott, es ist dunkel. Ich seh schon. Gar nichts mehr. Komm, auf geht's. Soll ich einen Fred auch noch mit dazu holen? Der freut sich, wenn er mal wieder raus darf. Ah, ich glaub, den hebe ich mir mal auf. Stimmt, ich den ja noch nicht dauerhaft holen kann. Mal lieber abhören. Da, schau. Cyrus, magische Barriere. Na, guck. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Ja. Gut, dann lass mich mal sehen. Hm. Vielleicht kann er ich. Lass mich mal sehen. Ja, schau halt. Ja, das habe ich auch schon gekonnt. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Mach halt auf. Nun ja. Das ist deine magische Barriere. Ja, ach was. Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Ja, hier mit. Ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Gut. Also, dann. Äh, das da. Ja, ich habe sie geöffnet. Ende. Komm mit. Du darfst ruhig mit. Du dabei bist du da, der Fred. Echsenmenschen. Ja, es gibt Arbeit. Ja, geh vor. Mach du dir mal. Die sind ja gar nicht so schwer, ne? Mach dir mal. Bitte. Ja, komm. Na, komm. Ja, das ist... Ich habe schon gemerkt, dass ich das wieder übernehmen muss. Ähm. Ähm. Hast du einen Tipp, wo wir hingehen? Ende. Ähm. Gehen wir mal nach links. Es geht los. So ist das richtig. Ja, das... Was schon, dass ich das gut mache. Das musst du jetzt nicht so oft betonen. Nein. Ne? Geht's denn da noch? Da muss ich Naudi Lee werden. Naudi Lee. Warte mal, das kann ich. Neun. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Ja, das ist toll. Na, komm. Aufhören. Aufhören. Oh!